Ich bin ein Familienmensch. Ich bin ein guter Mensch. Lasagne! Ich bin nur Nobody. Was willst du noch hier, alter Mann? Was ist hier bitte los? Nicht die Polizei rufen. Die sind in mein Haus eingebrochen. Die machen Jagd auf meine Familie. Die haben ein Kitty-Kat-Arment gestohlen. Hast du Angst? Warum sollte ich Angst haben? Du bist noch hier. Nobody. Gib mir das verdammte Kitty-Kat-Armband!